Hallo, ich bin Mia und ich möchte dir gerne in diesem Videokurs zeigen, wie du ein BH speziell für große Größen nähst. Ja, ich bin nun nicht gerade der Prototyp für große Größen, wie man sieht, aber ich weiß ganz genau, worauf es ankommt. Und zwar habe ich ein paar Besonderheiten eingearbeitet, die dem BH einen richtig guten Halt geben. Und zwar, der BH hat ein Unterbrustband, er hat an den Seitennähten eingearbeitete Corsagenstäbchen, er hat ein breiteres Rückenteil mit einem breiteren Verschluss und er hat auch etwas breitere Träger und er hat auch noch ein Extra-Cup eingearbeitet aus einem ganz dünnen Schaumstoff. Und das, finde ich, gibt dem BH auch schon mal eine richtig gute Form. Das Schnittmuster ist im Kursmaterial enthalten und zwar von Kappgröße D bis H. Da wirst du sicherlich deine Größe finden. Wie du die herausfindest, das zeige ich dir dann im Video. Um so einen BH nähen zu können, brauchst du eine ganz normale Haushaltsmaschine und natürlich auch schon ein bisschen Näherfahrung. Ein BH selbst zu nähen ist eigentlich ganz leicht und es macht richtig viel Spaß. Ja, wenn du jetzt neugierig geworden bist, dann freue ich mich sehr, wenn wir uns im Kurs wiedersehen.